Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum? Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute gibt es wieder eine sehr interessante Kinderfrage für dich, dieses Mal von Martin, vier Jahre alt. Er hatte in den letzten Tagen häufiger mal Schluckauf und möchte nun gerne wissen, woher dieser Schluckauf eigentlich kommt. Können auch Babys schon Schluckauf haben? Und wie kriegt man den dann am besten wieder weg? All das und vieles mehr erfährst du heute. Oh, Verzeihung, das kommt aber auch immer in den blödesten Momenten. Gerade jetzt, wo ich doch erklären wollte, wie so ein Schluckauf eigentlich entsteht. Wartet, ich glaube, jetzt ist es besser. Ein Glück. Dann schauen wir doch mal, was in unserem Körper eigentlich passiert, wenn wir Schluckauf haben. Meistens bekommt man Schluckauf, wenn man sehr scharfe oder heiße Sachen isst, Getränke mit zu viel Kohlensäure trinkt oder auch zu schnell isst. All dies und noch einiges mehr kann dazu führen, dass sich unser Magen ausdehnt. Eine der Hauptrollen beim Schluckauf spielt übrigens auch unser Zwerchfell. Lustiger Name, oder? Mit Zwergen hat das übrigens nichts zu tun, auch wenn es ganz ähnlich klingt. Das Zwerchfell liegt in unserem Körper zwischen unserer Brust- und Bauchhöhle. Eigentlich ist die Hauptaufgabe von unserem Zwerchfell, uns bei unserer Atmung zu unterstützen. Denn bei jedem Atemzug, den wir machen, zieht sich unser Zwerchfell zusammen. Und beim Ausatmen wird es wieder größer. Das merken wir nicht, das geht ganz von alleine. Wenn allerdings unser Magen sich ausdehnt, weil wir zum Beispiel zu schnell gegessen haben oder das Essen zu kalt war, sendet unser Gehirn direkt eine Nachricht an das Zwerchfell und den Kehlkopf, dass irgendetwas nicht stimmt. Das geht alles in Sekundenschnelle, da wir sogenannte Nerven in unserem Körper haben, die blitzschnell Nachrichten von hier nach dort leiten können. Also, unser Zwerchfell bekommt also nun die Nachricht, dass beim Magen irgendetwas nicht stimmt. Dann beschließt es, sich sicherheitshalber schnell zusammenzuziehen, genauso wie andere Atemmuskeln. Das passiert dann nicht regelmäßig, sondern mal schneller und mal langsamer. Was der Kehlkopf damit zu tun hat? Schließlich hat das Gehirn die Nachricht doch auch an den Kehlkopf gesendet. Der Kehlkopf hat eine sogenannte Stimmritze. Diese verschließt der Kehlkopf ebenfalls zur Sicherheit. Dadurch funktioniert bei uns das Einatmen für einen winzig kleinen Moment nicht mehr richtig. Und tadaa, wir haben einen Schluckauf. Weißt du schon, ab welchem Alter wir Menschen eigentlich Schluckauf kriegen können? Hast du schon mal ein Baby beobachtet, das Schluckauf hatte? Oder haben ältere Omis vielleicht keinen Schluckauf mehr? Du hast vollkommen recht. Natürlich können auch Omas und Opas Schluckauf haben. Dem Schluckauf ist das Alter ganz egal. Und sogar die ungeborenen Babys im Bauch von Mama können schon Schluckauf kriegen. Das kann man dann natürlich nicht hören, weil es super leise ist. Forscher vermuten, dass die Ungeborenen im Bauch so schon ihren Atemreflex trainieren. Gut, nun wissen wir also schon, wie so ein Schluckauf entsteht. Aber wenn wir dann doch mal einen haben, wie bekommt man den denn wieder weg? Vielleicht hast du auch schon mal von so einigen Tricks gehört. Es soll zum Beispiel helfen, wenn man erschreckt wird. Oder wenn man kurz die Luft anhält. Aber stimmt das wirklich? Oder hilft da was ganz anderes? Am wichtigsten ist eigentlich, dass man versucht, wieder ruhig zu atmen. Dadurch können sich das Zwerchfell und alle beteiligten Atemmuskeln wieder beruhigen und in ihren Normalzustand zurückfinden. Es soll auch helfen, wenn man versucht, 30 Sekunden die Luft anzuhalten. Oder die Nase zuzuhalten und dreimal zu schlucken. Besonders knifflig ist der Tipp, im Kopfstand Wasser zu trinken. Ob das wirklich hilft? Ich weiß nicht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber was auch immer wir ausprobieren, um das Hicks möglichst bald wieder loszuwerden, nach ein paar Minuten sollte eigentlich jeder Schluckauf von alleine wieder aufhören. Was meinst du, wer hat öfters Schluckauf? Kinder oder Erwachsene? Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein ziemlich großer Unterschied. Einer der beiden hickst bis zu 3000 Mal mehr als der andere. Na, eine Idee? Ich verrate es dir. Es sind die Kinder. Als Kind hicksen wir viel öfter als im Erwachsenenalter. Woran das genau liegt, weiß man nicht. Man vermutet allerdings, dass durch den Schluckauf auch Luft aus dem Magen raus transportiert wird und so wieder mehr Nahrung in den Bauch passt. Bleibt noch die Frage, wie eigentlich das Geräusch entsteht, das wir hören, wenn man Schluckauf hat. Woher kommt denn dieses Hick? Daran ist vor allem die Stimmritze schuld, die wir vorhin schon kurz kennengelernt haben. Wenn die Luft, die wir gerade einatmen möchten, gegen die Stimmritze prallt, kommt sie ja nicht durch, da diese sich beim Schluckauf ja schließt. Und genau dadurch entsteht das Verrückt, dass Luft alleine so ein spannendes Geräusch machen kann. Nun wissen wir aber gut Bescheid über den Schluckauf. Ganz schön spannend. Vielen Dank für deine tolle Frage, Martin. Und beim nächsten Schluckauf weißt du ab jetzt genau, was gerade in deinem Körper passiert. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, woher, warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.